Der Mann, der in der englischen Liga zuhause ist. Stefan muss ein hartes Tackle einstecken. Alan Kesson, der mir gut gefallen hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Mit beherzten Offensivaktionen nach dem Gedränge. Würde mich freuen, wenn wir die Mannen wiedersehen. Nächster Angriff der Lelos. Ich würde gerade sagen, es ist lange keiner mehr eingelaufen im deutschen Market. Und schon ist es wieder passiert. Von 62 zu 8.